Ich lerne Deutsch. Nummer 10578 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Es ist die Persönlichkeit, die das Leben interessant macht. Es ist die Persönlichkeit, die das Leben interessant macht. Im Leben braucht man immer ein Quäntchen Glück. Möchtest du ein Los kaufen? Im Leben braucht man immer ein Quäntchen Glück. Möchtest du ein Los kaufen? Ich bin müde, erschöpft und überarbeitet. Wann wird dieser Tag endlich vorbei sein? Ich habe meine Unterlagen durchgesehen, aber nichts zu diesem Thema gefunden. Ich habe meine Unterlagen durchgesehen, aber nichts zu diesem Thema gefunden. Als die Kinder den Weihnachtsmann sahen, waren sie ganz aufgeregt. Als die Kinder den Weihnachtsmann sahen, waren sie ganz aufgeregt. Ich glaube, das ist die beste Idee, die wir je hatten. Jetzt brauchen wir nur noch einen Investor. Die exklusive Partnerschaft der beiden Unternehmen führt zu innovativen Lösungen in allen Bereichen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's.